Hallo, wir melden uns direkt vom Söhrmanns Läden. Wir wollen euch jetzt einen kleinen Einblick geben, wie es für uns war und ein paar Tipps und Tricks geben. Wir sind jetzt zum Beispiel unterwegs Ende September. Die Reisezeit fand ich sehr gut. Ich fand sie perfekt. Also wir hatten keine Mücken. Wir brauchten noch nicht mal aufpassen abends, dass irgendwas ins Zelt reingeflattert kam. Also da ist wirklich die Insekten schon irgendwie in ihre Winterruhe vertrieben. Das heißt, das war angenehm und wir hatten jetzt immer so 10 bis 14 Grad uns der Tagsüber, was jetzt im ersten Moment natürlich ein bisschen kühl klingt, aber zum Wandern eigentlich die perfekte Temperatur ist. Zum Wandern fand ich es auch optimal. Nachts ging es bis auf so 0 Grad herunter, aber es ließ sich auch noch gut aushalten. Thema An- und Abreise. Die Abreise nehmen wir jetzt vorweg, aber ich glaube, die ist genauso unkompliziert wie die Anreise. Wir sind von Frankfurt nach Stockholm Arlanda geflogen. Flugzeit war, also reine Flugzeit, war ca. 1 Stunde 40. Von Arlanda kann man direkt den Zug nach Legistar nehmen. Und in Legistar steigt man aus dem Zug aus, läuft ein paar Treppen herunter und dann sieht man schon das Schild, hier geht es lang auf den Sörmanns Läden. So die ersten 1,5 Kilometer läuft man auch ziemlich nah an der Straße entlang. Das ist nicht so schön, aber dann biegt der Weg ab in den Wald. Also das hat wirklich super geklappt und auch die Zugverbindung, ich glaube, war jetzt nicht, ja, vielleicht knapp über eine Stunde vom Flughafen bis nach Legistar. Zugtickets kauft ihr am besten vorher, also ihr könnt einfach die App herunterladen. In der Infobox steht der Link. Ihr müsst euch nicht registrieren, ihr müsst nur einmal die Kreditkarte hinterlegen. Wenn ihr auch mit Gas kochen wollt, können wir empfehlen, in dem Zug vom Flughafen nach Stockholm, steckt in Stockholm aus und geht dort den XXL Sport. Der ist ca. 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und der hat Gaskartuschen und auch sonst alles, was ihr vergessen habt. Dann holt ihr euch noch eine Zimtschnecke, z.B. bei Bröt und Zoll und dazu einen Kaffee und dann steckt ihr ab in den Zug in die Wildnis. Wir haben jetzt den Abschnitt des Sörmanns Läden von Legistar nach Jena gemacht. Die ersten zwei Tage hat man schon noch Straßenlärm, manchmal auch Fluglärm im Hintergrund gehört, weil halt doch das so ein bisschen in der Einflugschneise ist von Stockholm an Landa. Aber lasst euch davon nicht abhalten. Es ist trotzdem eine schöne Gegend, es ist sehr wenig begangen. Wir sind jetzt z.B. gestern niemandem begegnet, heute nur in der Nähe von dem Parkplatz ein paar Leute, anderen Wanderern, die auch diesen Weg gehen, nur zwei. Also vielleicht liegt es an der Jahreszeit, aber generell können wir total empfehlen. Von der Etappenleistung, wir haben es so gemacht, dass wir halt auch wirklich die Natur genießen wollten. Wir haben Aufnahmen gemacht, wir haben uns angeschaut, wir haben gerastet. Und da muss man halt schon auch ein bisschen mehr Zeit einfach für einplanen, sodass man halt nicht vielleicht wie gewohnt so seine 20 Kilometer in vier Stunden macht, sondern man einfach das Gepäck drauf hat. Und natürlich auch die Wege mehr Trittsicherheit oder beziehungsweise Aufmerksamkeit erfolgen. Gerade über die Stellen, wo man dann über so Steine hochgeht oder dieses ganze Wurzelwerk, ist halt auch gerade, wenn es geregnet hat, relativ klappt. Das heißt, es ist nicht schlimm, aber man muss dafür einfach ein bisschen mehr Zeit kalkulieren. Also mehr als 10, 15 Kilometer am Tag würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn ihr die Natur noch erleben wollt. Thema Navigation. Wir haben jetzt per GPS navigiert, allerdings ist die Ausstellung so gut, ihr bräuchtet es nicht mal. Also selbst wenn ihr eure Karte daheim vergessen habt und das Handy für die Navigation leer ist, ihr könnt euch wirklich nicht verlaufen. Wir waren jetzt mit dem Zelt unterwegs, allerdings gibt es in regelmäßigen Abständen auch wieder immer mal wieder so Notschelter. Meist gibt es dabei auch eine Grillstelle und teilweise dann auch einen Brunnen. Man könnte es theoretisch auch ohne Zelt machen, allerdings haben wir jetzt gar nicht so viele von diesen Scheltern gesehen, obwohl die auf der Karte eingezeichnet waren. Also entweder sind die gut versteckt oder sie sind halt inzwischen nicht mehr erhalten. Wir hatten eigentlich durchgängig Mobilfunkempfang hier auf der Strecke. Das heißt, wenn man Hilfe rufen wollen müsste, hätte man eben mal empfangen. Zumindest bei unseren Tests. Wem würde ich diesen Trail empfehlen? Ich würde sagen natürlich jeder, der gerne durch Waldgegenden läuft. Aber ich finde ihn auch schon für Anfänger gut geeignet. Man hat im Mobilfunk empfangen, man hat dadurch ein bisschen Sicherheit. Es gibt immer wieder Brunnen und es gibt immer wieder Shelter. Allerdings, man kommt nicht weg. Das heißt, wir sind in Legis da ausgestiegen, muss eigentlich bis Jänner laufen, wenn man ab und ab Reise mit dem Zug erledigen möchte. Es gibt natürlich immer wieder dann auch so Zuwege zwischendurch, wo man zu einem Parkplatz oder vielleicht auch zu einer kleinen Ansiedlung kommt. Man müsste dann dort die Bewohner fragen oder sich ein Taxi rufen lassen von der nächsten größeren Stadt, um dort wegzukommen. Wir sind immer autark unterwegs. Empfehlen, halt einfach möglichst leichte Nahrung schon mitzunehmen, dass ihr eben ein paar Tage halt auch ohne Versorgung oder Supermarkt zurechtkommt. In Legis da, wenn ihr aussteigt, gibt es an den Treppen runter nochmal einen Kier. Das ist so die letzte Möglichkeit, hat aber auch einfach nur, ja, Riegel, Eiscreme. Ja, aber eher so Schokoriegel, Eiscreme, also so ein typischer Bahnhofskiosk. Richtig. Ist jetzt nicht so dafür geeignet, um sich jetzt groß noch mit Nahrung fürs Tracking einzudecken. Nee. Dann lieber beim XXL Outdoor. Ja, ich werde noch hinzufügen, ihr könnt es natürlich als Challenge versuchen, wie weit kommt man mit Tracking-Nahrung, Tracking-Nahrung aus dem Kiosk am Bahnhof. Aber vielleicht wäre das dann eine andere Art von Video. Gesamtfazit. Uns hat der Weg gefallen. Positiv, ja. Einzige Banco ist eben ein bisschen Fluglärm, haben wir uns mal wieder. Und eben, dass man am Anfang noch den Straßenlärm hört. Ja. Noch relativ lange den Straßenlärm hört. Und kleiner Tipp, Stockholm ist fantastisch. Ja. Also, um euren CO2-Fußabdruck gut zu nutzen, weil ich meine, wir sind jetzt auch geflogen, aber versucht es mit einem möglichst langen Aufenthalt zu kombinieren, dass es sich eben lohnt, dass man mit vielen Eindrücken nach Hause kommt und sich dann noch die Stadt anguckt. Das ist wirklich immer ein Besuch wert. Und Matthias hat schon die Zimtstecken angesprochen. Ohne Zimtstecke sollte man Schweden nicht verlassen. Und wenn ihr noch Aufenthalte in Stockholm habt, lasst auf keinen Fall das Vasa-Museum aus. Ja. Das ist wirklich gigantisch. Falls euch irgendwas noch fehlt, was ihr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Genau. Wir sind gerne erreichbar. Danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Amen.